Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lesbian-play von Tell Last Hier bei mir Yano-Plays, natürlich auf der Playstation Ja, hier werden auch mein Lieblingsspiel, bis hier habe ich schon ein paar Mal gesagt Oh mein Gott! Ja Ok, jetzt sind wir schon tot Das habe ich gerade nicht gewusst Du musst deine Umgebung klug um die Sichtlinie deiner Feinde zu blockieren Ja Ist ok, nochmal Ok, dann darfst du So komm, wir laufen Ah, wir können schon nach unten, das habe ich nicht gesehen Ok, von dem Licht fern bleiben Klar, machen wir Oder probieren wir es mal So So Und durch Perfekt Perfekt Bereiten sie Sie läuft schon Verdammt, sie sind überall Ja 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 Da Hat er recht, sie sind wirklich überall Verdammt, da Ich sehe sie, ich sehe sie Sie müssen durchgekommen sein Sie müssen durchgekommen sein Sie müssen durchgekommen sein Warum sind Soldaten Bleib zurück Bleib zurück Ich kann ja auch noch sehen Sind sie wirklich gelandet haben? Ok, wenn Und Der bekam ein Headshot Oh komm Sean Gib doch der mal ein Ein Headshot eh So perfekt jetzt ein Headshot Jetzt hat er einen auf dir rüber kassiert So der sollte auch nicht So schwer sein So Du bekommst auch einen Headshot So 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 der hat auch gerade ein Headshot Kassiert Kassiert Da haben wir keine Keine Feinde mehr Ja Es regnet also hier gerade Und wir sind hier Aus Aus Sprechen Und hier ist Ja Ah fuck da ist noch einer Ist dir noch dein Helm abgefallen ist das Ja genau So bekam der jetzt keinen So jetzt überhaupt bekam der Headshot Oh scheiße geh rein Das ist unser letzter Schuss Haben wir sonst noch eine andere Waffe? Leider nicht Was haben wir jetzt tun? Wir haben keine Munition mehr Da auch nichts Keine Muni? Kannst du mir mal Muni geben oder so? Vor dem Ziegel vielleicht noch einmal? Oder wir laufen einfach durch? Weiß ja nicht So geht das jetzt? Kommen die auch nahe? Ja wir sind auch hierher gekommen Und ich Ja ich bin natürlich alleine Aber das haben wir geschafft irgendwie Aber wir haben natürlich immer noch keine Munition So duschen Munition kann ich gebrauchen bitte Oh scheiße da vorne sind Soldaten Ja komm lauf! Auch kein Medikit Ich brauche nicht Wie machen wir jetzt? Was? 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 Schießt Sieh doch mal! Bitte So Ist das geklappt oder? Oder nicht? Was? 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 Das ist Das ist Was? Was? Wir haben Was? Wir haben Wo ist denn der andere? Wir ziehen nun beide nach dort Ja komm, probieren Ah scheiße Ah perfekt Perfekt geschafft irgendwie, also so perfekt Ich weiß es ja nicht, denn Keine Muni leider Warte kurz Hier schauen Habt ihr gesehen, da kann man Man aktiviert mal was aufmachen und Klebeband, wow Wir haben da Klebeband gefunden Das finde ich nämlich nicht, auch nicht immer 3 Dreieck halten Ja komm, du schaffst das, Joel Jericho Ja Mha mild Dreieck Fert Kylo Versteigert Versteigert buster Ja, da sind viele, aber natürlich haben wir ja immer noch keine Immovisionen. Nee. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gute Frage. Außen rum gehen. Okay. Hier haben wir auch einen Ziegeln. So, komm mal. Die Schnee. Das ist nicht zu hilf. Die haben mich gesehen. Mal unseren Lauschmodus. Scheiße, da kommt hier noch. Da hinten auch noch. Ja, komm verprügel die mal. Oh scheiße. Jetzt sind wir gestorben. Er hat ja keine Munizierung. Jetzt will ich leben oder auch kein Medikid. Aber wir sind wenigstens wieder hier mit einem bisschen erleben. Bisschen. Mal sehen, ob wir das jetzt schaffen, außen rum rum zu gehen. So. Ach, da kann man öffnen. Haben wir vorhin nicht gesehen. Ah, da war ja nichts drin. Also nicht. Nichts interessantes. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie ab. Zu lenken. Müdigkeit. So, das kann ich gerade hier benutzen. Ja, scheiße. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ja, seht ihr? Ich kann nicht mal laufen. Ich werde komplett zerballern. Ich werde gerade hier. Ja, so ist die Scheiße. Ja. Ja. Ja, dann hast du den entgegen klug. Ja, ist egal. So, jetzt laufe ich nochmal nach drüben. In der Hoffnung, dass wir es nicht sehen. Ja, da ist nichts drin. Munition haben wir auch nicht. Munition. Nichts. Da sind zwei. Ja, zwei. Okay. Was schon immer ich jetzt nicht? Okay. Da sind... ...mehr Lichter. Mist! So, kommen deine Wirkung... ...jetzt. Ich hoffe, sich hat dein... ...n bisschen Munition dabei. Aber ne... ...natürlich nicht. Okay, jetzt... ...nach zwei. Wo ist der andere in die Liste hingegangen? Ja, und... ...nach zwei. Dann wird man dann nicht... Da drüben sah. So, komm, nehm den, hey! Scheiße, jetzt sterben wir gleich noch einmal, so, oh scheiße, okay, wo ist denn so, fuck's mich dann ab, ey! Du bist ein leichtes Ziel, ja, ich bin nicht mal gerannt auf den Ge- 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 Sock- Ge- Geht natürlich an, wenn das immer so läuft. Da ist nix drin, das wissen wir. Können wir nehmen. So, und dann duck. Duck nicht, so. So. Das fack mich dann ab, wenn das immer so läuft. Die tun ja- Ja, sind aber gar nix! Sie hat eine Waffe und ich habe keine Munition. Die sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Ich hab sie abzulenken. Okay. Ich hab ein Hit. Was ist denn der? Oh Scheiße. Ja, von dort hinten auch. Ja, danke auch. Dort hinten auch noch. Ja, das können wir wieder neu machen. Komm, tötet mich. Ja. Ja. Ha, das fackt mich ab. Ey. Ey. Nochmal natürlich. Ich will das ja machen mit... ...durch, aber... Wieso geht denn das jetzt nicht? Ich hab es schon mal gemacht. Okay. Wo sind unsere Feinde? Eins, zwei. Ich bleibe... ...hier. Und du gibst mir jetzt ein Medikid. Oh Scheiße. Okay, wir haben jetzt genug Leben. Ach so, was heißt genug? Genug haben wir hierhin. ... Da hab ich mir jetzt ohne sich. was machst du hier ja genau scheiße die anderen schauen zu wie ich da verreckt oder was können wir auch mal was natürlich muss ja alles die machen ist immer so Ja, ja, ich weiß, das ist gut. Eins. War eins. War eins. War eins. Okay. Okay, jetzt. Ach, schau mal. So, nehm ich noch. Jetzt tu den. Wie schneller der andere hat gesehen, wie sonst. War der Munition? Natürlich nicht. Ja, okay, das haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft. Oder nicht geschafft, wie wir sehen. Da sind mehr Lichter. Nichts hier, haben wir nichts. Und auch keine Munition natürlich. Natürlich. Ich hab die ja vorhin gebraucht. Aber ich glaube, jetzt treffe ich ein gutes Gefühl. Das muss ich jetzt schaffen. Danke. Na, jetzt haben wir einen Medikit bekommen. Aber immer noch keine Munition. Da oben. Ja, jetztidos. Da ist ein... Da ist aber... Eins. Nein. Okay, ich schaffe es, glaube ich. Was ist denn da hinten? Ja, das... Wollte ich still sein. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung wo lang? Ja, unten würde ich sagen. Warte mal. Nein. Okay. Ja. Okay, geschafft. Endlich. Ja. Der ist... Keiner mehr. Ja. Wenigstens regnet es hier nicht. Ja, genau. Jetzt regnet es hier nicht. Okay, machen wir noch mal die Taschen davon. Ähm. Wie sieht es aus? Gut. Oder? Ja. Entschuldigung. Hier müssen wir durchpassen. Hier durch. Mist, Mist. Wir haben noch mehr Soldaten. Ja, das ist noch mehr. Verfolgung, Abrechnung. Zwei. Ich glaub, sie sehen uns nicht. Gucken wir mal das Licht. Aus. Im Dunkeln. So. Oh, sie haben es geschafft. Auf. Yes. Perfekt. Okay. Nichts. Nichts. Wir müssen uns ja gar nicht sehen. Hier kann man die Balex. Hier lang. Ah, da können wir den Schrag gefunden. Munitionen haben wir gefunden. Zwei Schuss nur. Das ist ja wenig. Teile. Da können wir noch mal öffnen. Vielleicht müssen wir die Stationen. Nein, nicht. Aber ich bin schon. Aber ich gehe jetzt weiter. Ich habe sie schon gefunden. Hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ich bin dran. Ich sehe da uns nicht. Hier zwar um zu. Oh, scheiße. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, ist zu. So, jetzt. So war das. Ich war ja irgendwie ein bisschen abgefuckt. Also irgendwie ein bisschen. Ich habe mich abgefuckt. Weil ich das so lange gebraucht habe. Weil ich dafür so lange gebraucht hatte. Ich habe das. Dass ich ja auch scheiße. Das ist ja für euch. Aber jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Feuern. Weierfleiß. Was... Was dann? Marlene, sie... Sie sagte, sie... ...hätten dort eine Quarantäne zu... ...ohne... ...mit Ärzten, die immer... ...immer noch ein Heimmittel suchen. Ja. Er kommt uns bekannt vor Ortess. Was? Und das... ...das, was mit mir... ...passiert ist, der Schlüssel zu einem... ...Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie ges... ...sagt. Oh, bestimmt hat sie das... ...das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier... ...nicht. Ich auch nicht, Tess. Was zur Hölle machen wir hier? Ist wenn... ...s stimmt. Ich glaub's auch... Ja. Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft, bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern... ...was da draußen ist? Ich verstehe. Ja. Ja. Das sind Zombies. Also Infizierte. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind... ...wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. So, das haben wir geschafft. So. 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 So, das war's jetzt auch wieder mit diesem... ...Bis zum nächsten Mal.